Hallo und guten Morgen in unserer Morgenshow. Begrüssen wir jetzt. Wen habe ich am Apparat? Wen habe ich am Hörer, bitte? Ja, guten Tag, ich bin die Rahel. Die bitte wer? Die Rahel. Ach, die Rahel. Okay, alles klar. Rahel, woher kommen Sie? Na ja, ich komme aus Österreich. Sie kommen aus Österreich. Irgendwie kommt mir diese Stimme aber sehr bekannt vor. Was? Naja, okay, also Sie haben einen Musikwunsch oder haben Sie eine Frage zu unserem Musikprogramm? Na ja, ich habe eine Frage. Ach, jetzt ist alles klar. Lassen Sie mich raten, haben Sie einen Bruder? Oder ein sonstige Verwandte? Die mit L anfangen. Der Name fängt mit L an. Ja, das habe ich. Lassen Sie mich raten. Leo? Ist das vielleicht Ihr Bruder? Ja, woher wissen Sie das denn? Das ist ja... Das ist ja... Unglaublich. Ja, so unglaublich ist das gar nicht, weil das ist ein Herr, den wir sehr gut kennen. Der ruft die Appenzum an und hätte gerne eine Frage, bitte. Na, das ist jetzt aber lustig. Mein Bruder, der Leo hat bei Ihnen auch schon angerufen. Und er wollte dann eine Frage stellen. Ja, er selber eigentlich nicht, sondern wir mussten ihm dann... Das ist typisch für den Leo. Er lässt sich die Fragen immer gerne geben. Ja, und statt, dass er sich selber stellt, das war schon immer so ein kleiner, gell? Na ja, okay, so, jetzt haben Sie einen Musikwunsch oder eine Frage? Na ja, ich hätte gerne einen Musikwunsch. Ah, Sie hätten gerne einen Musikwunsch. Also keine Frage, das ist ja schon mal... Welchen Musikwunsch können wir Ihnen denn erfüllen? Na ja, ich hätte gerne einen Musikwunsch. Ach, okay, also wieder dasselbe Spiel. Wir sollen Ihnen einen Musikwunsch geben oder stellen? Na ja, ich hätte... Also gut, ähm, wie wäre es mit... ACDC, Highway to Hell. ACDC, Highway to Hell, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das ist super, super, Pursche, danke. Das hören wir jetzt, ich bin so glücklich. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag und alles cool, gell? Danke. Wie war Ihr Name nochmal? Rahel. Rahel, genau. Danke, super, schönen Tag und tschüss. Tschüss.